Aber es geht noch weiter. Es wird über sein Leben berichtet. Es wird gesagt, dann lässt er Blinde wieder sehen. Er schenkt den Tauben das Gehör. Der Lahme springt dann wie ein Hirsch. Der Stumme jubelt froh. In der Wüste brechen Quellen auf, in der Steppe fließen Bäche. Es lebt wieder auf. Menschen werden gesund. Es wird aber nicht nur über sein Leben gesprochen. Es wird auch darüber gesprochen, wie er aufgenommen wird. Wie ist sein Empfang? Wie wird er aufgenommen? Lest mal mit. Entschuldigung. Lest mal mit. Wer hat denn unserer Botschaft geglaubt? Und an wem hat sich Jahwes Macht auf diese Weise gezeigt? Wie wird er denn aufgenommen? Ja, sagt Jesaja. Wer hat es denn geglaubt? Und dann kommen Muslime und sagen, ja, wenn Jesus Gottes Sohn ist. Und wieso haben die Juden ihn da nicht akzeptiert? Ja, pass mal auf. Wenn die Juden Jesus akzeptiert hätten, dann wäre diese Prophezeiung nicht in Erfüllung gegangen. Dann wäre Jesus eben nicht der Messias. Dann wäre Jesus nicht der Retter. Weil er gleich Annahme gefunden hätte. Nein, er musste verworfen werden. Wie ein kümmerlicher Spross wuchs er vor ihm auf, wie ein Trieb aus dürrem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Er war unanseelig und er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut und wie einer dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Der Messias wird nicht aufgenommen. Durfte und konnte nicht aufgenommen werden. Aber es steht noch mehr über ihn. Nämlich zum Beispiel, wie sein Tod geschehen ist. Und jetzt guckt mal, was ist bei seinem Tod passiert? Nenn mal zwei Dinge. Schreibt mal zwei Dinge, die bei seinem Tod passiert sind, die hier genannt werden. Die euch vielleicht ganz besonders ins Auge springen. Meine Kraft ist vertrocknet, dürr wie ein Scherben. Meine Zunge klebt am Gaumen, haftet sie fest. In den Staub des Todes hast du mich gelebt. Denn mich umlauert die Meute der Hunde. Übles Gesindel hat mich umringt und hat mir Hände und Füße durchbohrt. All meine Knochen könnte ich zählen. Sie stehen dabei und gaffen mich an. Meine Kleider teilen sie unter sich auf und mein Gewand verfällt ihrem los. Was fällt in euch besonders auf, wie ihr sagt, hey, boah. Und wenn ihr dann mal Matthäus lest und seht, hey, praktisch jeder Satz Teil hat sich hier erfüllt. Jede Wortgruppe sehe ich, wie es passiert ist. Es ist unglaublich. Nicht nur Matthäus, auch Johannes und so. Hände und Füße durchbohrt, schreibt ihr. Das ist natürlich was, was wir sehr, auch da sind. Es ist eine super spannende Stelle. Da müssen wir zu Ostern genauer drauf eingehen. Da gibt es ja auch noch einen textkritischen Punkt dazu. Super, super spannend, super interessant. Ja, und das hat sich dann eben offenbart oder erfüllt in dem Kind von Maria, das am Kreuz gestorben ist. Aber nochmal interessant, sein zweites Kommen. Guck mal, was ist beim ersten Kommen geschehen und was bei seinem zweiten Kommen? Also das heißt, er war schon mal da und sie haben ihn durchbohrt. Aber er kommt wieder und dann werden sie zu ihm aufblicken und werden trauen und werden sagen, was haben wir gemacht? Werden bitter weinen wie um einen Erstgeborenen. Und das sind Sachen, da muss ich doch merken, hey, guck mal. Es ist doch so klar, um wen es hier geht. Um den, der schon mal da war, der durchbohrt wurde, den sie beim ersten Mal abgelehnt haben, aber beim zweiten Mal und der einzige Sohn und der Erstgeborene, das sind hier Dinge, die auch speziell auf Jesus nochmal, mit denen Jesus auch im Neuen Testament speziell bezeichnet wird. Ja, und so erkennen wir die Dinge, die im Neuen Testament über Jesus geschrieben werden, im Alten Testament schon vorhergesagt. Vielen Dank.